Unter der Marke datacenter.de stellt die Noris Network AG modernste Rechenzentren für Hosting und Betrieb bereit. Das Ziel? Ein optimaler und effizienter Betrieb von IT-Infrastruktur. Direkt an Ihrem Firmensitz in Nürnberg betreibt Noris Network mit dem Datacenter Nürnberg 6 eines der modernsten Rechenzentren Europas. Es bietet auf 45.000 Quadratmeter Grundfläche und 15.000 Quadratmeter Geschossfläche im Endausbau Platz für bis zu 100.000 Server. Das Datacenter Nürnberg 6 setzt neue Maßstäbe bei Sicherheit, Energieeffizienz und Skalierbarkeit. Das Rechenzentrum ist an seiner gesamten Vorder- und Rückseite jeweils mit kombinierten Klima- und Energiezellen versehen. Die einzelnen Segmente bilden ein zusammenhängendes modulares Netzwerk. Moderne IT-Systeme produzieren viel Wärme. Um diese Systeme kühlen zu können, muss immer mehr Luft durch den Doppelboden gepresst werden oder die Geräte müssen auf eine größere Stellfläche verteilt werden. Die Kosten steigen. Ganz anders im Datacenter Nürnberg 6. Dank Kyoto-Cooling erfolgt die Luftzufuhr hier kontrolliert und bedarfsgerecht über großflächige Seitenöffnungen. Durch den Swimming-Pool-Effekt kann jede Kyoto-Zelle den Ausfall einer anderen ersetzen. Gleichzeitig arbeitet Kyoto-Cooling extrem effizient. Im Schnitt kann an 340 Tagen des Jahres die Kühlung allein durch das Kyoto-Rad und ohne Zuschalten von maschineller Kühlung gewährleistet werden. Ein Netzwerk modularer autarker Elemente sorgt für maximale Sicherheit und Verfügbarkeit. Jedes Segment im Datacenter verfügt über eine kombinierte Energie- und Klimazelle. Die Redundanz wird dadurch erreicht, dass immer eine Zelle mehr als notwendig zur Verfügung steht. Die Module sind so ausgelegt, dass sie im Regelbetrieb ihren optimalen Wirkungsgrad erreichen. Jede Kyoto-Zelle wird von der ihr zugehörigen Energiezelle direkt versorgt. Der Einfachheit halber sind diese farblich kodiert. Dieses modulare Konzept ermöglicht nicht nur skalierbare Cages und Flächen, sondern auch Flexibilität bei Energie und Kühlung. Kurzum, im Datacenter Nürnberg 6 finden Sie optimale Bedingungen für den effizienten und sicheren Betrieb moderner IT-Systeme. Immer die notwendige Leistung an jedem Punkt im Datacenter. Das erreichen wir über die skalierbare Energiezufuhr. Der Vorteil, das Rechenzentrum Nürnberg 6 ist damit heute schon vorbereitet für die Anforderungen an die IT von morgen. Sicherheit ist die oberste Priorität in allen Rechenzentren der Noris Network AG und insbesondere auch im Datacenter Nürnberg 6. Mehrstufige Sicherheitszonen sind Basis für ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem. Zutritt und Zufahrt zum Gelände werden Tag und Nacht, sieben Tage die Woche über modernste Sicherheitseinrichtungen kontrolliert. In den Kernbereichen werden neben Ausweisen auch biometrische Komponenten eingesetzt. Das Raum-in-Raum-Konzept stellt sicher, dass keine IT-Flächen an der Außenwand liegen. Eine sichere Stromzufuhr ist das A und O im Betrieb eines Rechenzentrums. Deshalb wurde hierauf bei der Entwicklung des Datacenters Nürnberg 6 ein besonderes Augenmerk gelegt. Das Datacenter wird durch autarke Energiezellen mit Strom versorgt. Jede Energiezelle verfügt über ein eigenes Notstromaggregat und ein batteriegestütztes, in sich redundantes USV-System. Jede IT-Einheit ist über eine redundante A-B-Versorgung angeschlossen. Auch bei Wartungsarbeiten oder dem Ausfall einzelner Zellen ist im gesamten Rechenzentrum Sicherheit durch diese redundante Versorgung gewährleistet. Zusätzlich verfügt jede Energiezelle in jedem Segment über in sich redundante USV-Systeme. Maximale Sicherheit für IT-Infrastrukturen. Wegweisend sind auch die Systeme für Brandvermeidung und Brandschutz im Datacenter Nürnberg 6. Dank modernster Sensorik werden Rauchgas-Aerosole schon in der frühen Pyrolyse-Phase erkannt. Die Detektion von Rauchgas-Aerosolen löst Brandalarm aus. Sofort beginnt die Einleitung von Stickstoff in das Datacenter. In der Folge sinkt der Sauerstoffgehalt auf 16 Volumenprozent. OxyReduct-Anlagen stellen sicher, dass die Sauerstoffkonzentration konstant auf diesem niedrigen Wert bleibt. Besteht die Gefahr fort, wird der Sauerstoffgehalt zügig auf nur 13,5 Volumenprozente abgesenkt. Dieser Wert kann über die OxyReduct-Anlage unbegrenzt lange gehalten werden. Zeit, um Ursachen und Brandstelle gründlich zu erkunden. Während in herkömmlichen Rechenzentren nach einem Zwischenfall und bis zum Wiederauffüllen der Stickstofftanks eine temporäre Sicherheitslücke klafft, produziert das Datacenter Nürnberg 6 den Stickstoff permanent selbst. Stickstoffeinleitung und OxyReduct-Anlage stellen sicher, dass auch im Havariefall alle Versorgungssysteme voll funktionsfähig bleiben. Ihre Daten sind in Sicherheit. Der sichere Zugriff auf die Daten wird über die mehrfach redundante Anbindung an den Norris Network Hochleistungs-Backbone geboten. Die Zuleitung in das Datacenter erfolgt über zwei räumlich getrennte Übergaberäume, die von den Leitungsanbietern redundant erschlossen sind. Eine Carrier-Neutralität ist gewährleistet. Entwicklung, Vertrieb, Finanzen, Geschäftsführung – überall sind Unternehmen auf die Verfügbarkeit von Daten und IT-Systemen angewiesen. Aber IT-Systeme stellen hohe Anforderungen. Kühlung, Sicherheit, Energie, Updates – das einzelne Unternehmen ist damit schnell überfordert. Oder es muss viel Geld in Spezialisten, Tools und Technik investieren. Die bessere Strategie? Bringen Sie Ihre IT-Systeme dort unter, wo Sie optimal und kompetent betreut werden. In ein Datacenter der Norris Network. Sie fragen sich vielleicht, aber wie sieht es dann mit der Kontrolle meiner Systeme aus? Woher kenne ich deren Status und weiß, dass die Qualität der Betreuung auch stimmt? Genau deshalb verfügen unsere Datacenter über leistungsfähige Monitoring-Einrichtungen, auf die Sie jederzeit und von überall zugreifen können. Dabei werden Sie direkt mit unserem Control Center und seinen Spezialsystemen verbunden. Über das Monitoring-Cockpit auf Ihrem Rechner greifen Sie auf Messpunkte für Netz, Trafo, Unterverteilungen, Rack und Server zu und sehen auf einen Blick, wie es um Ihre Systeme steht. Natürlich in Echtzeit. Ob Prozessor, Festplatten oder Datenverbindungen – immer kennen Sie deren Auslastung. Um diese Transparenz zu ermöglichen, ist unser Datacenter von einem engmaschigen Netz von Sensoren und Messpunkten durchzogen. Für Stromversorgung, für Kühlung, alle für den sicheren Betrieb notwendigen Informationen werden erfasst. Alle diese Sensordaten laufen in unserem Control Center zusammen und geben unseren Spezialisten den perfekten Überblick. Das Monitoring aller betriebsrelevanten Einrichtungen gewährleistet maximale Sicherheit für Daten und Systeme bei voller Kostenkontrolle. datacenter.de ist eine Marke der Noris Network AG, Ihrem Partner für hochverfügbare Rechenzentrumsflächen und Hosting. Das Monitoring aller Betriebene